Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich zeige euch, was in meinem Adventsgelände noch so war, indem ich ab dem 13. weitermache, halt nicht Dezember, sondern Januar. Also wünsche ich euch jetzt viel Freude mit meinen restlichen Neuheiten von Cats on Apple Trees und dem, was ich daraus gemacht habe. Wie im Dezember, ohne große sprachliche Anleitung, weil ich daraus ja Instagram Reels gemacht habe, aber den Originalton habe ich euch gelassen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.